Und da bin ich wieder zurück. Wir haben beim letzten Mal ein bisschen Erz eingeschmolzen. Da haben wir jetzt einen Warn bekommen, haben uns einen Schmiedehammer hergestellt und haben hier hinten dann unser kleines Gehege ein bisschen erweitert. Und bevor es jetzt hier weiter geht, würde ich erstmal das Gelände alles angleichen. Da muss ich mal kurz nachschauen, wie es hier aussieht. Genau, da fangen wir mit dem hier vorn an. Da müssen wir bloß einmal aufschütten. Das haben wir alles dabei. Und ich hatte es schon mal irgendwann erwähnt, das Gelände muss erstmal bis zu dem Niveau des Angrenzenden, was angehoben werden soll, auch denselben Wert haben. Und erst dann nochmal anklicken und Flatten Ground auswählen. Damit es auch errichtet wird. Absurd. Hier können wir zweimal was wegnehmen. Dann können wir das da hinten schon wieder woanders aufschütten. Und da machen wir das dann erstmal alles ebenerdig und anschließend sehen wir uns die Fallen an. Vielleicht hat sich da schon mal was angesammelt. Man kann auch, ist mir mal aufgefallen bei einer Falle, wenn was drin ist, dann hört man manchmal so ein kleines, äh, ja, so ein Geräusch halt, was, wo man denkt, da hat sich irgendwas verfangen oder so. Also, also ruhig mal drauf achten. Nicht immer so, aber das war halt schon mal der Fall, als ich was in der Falle hatte. Und da dachte ich dann immer, Mensch, was ist denn das für ein Geräusch? Da habe ich mich dann mal umgeschaut und habe festgestellt, aha, guck an, hier in der Falle, da ist was drin, da hat sich was angesammelt. Und nachdem ich dann geöffnet hatte, war auch das Geräusch wieder weg. Von daher gehe ich einfach mal davon aus, dass es so eine kleine akustische Hilfe gibt, wenn sich was verfangen hat, dass man das auch hört. Man muss halt auch dafür in der Nähe sein, sonst kriegt man das auch selber nicht mehr mit. So, hier nochmal das Flatten Ground. Wir sind schon überladen, aber da dürfte das jetzt angleichen und nicht nochmal Erde ins Inventar schaufeln. Ja, genau. So, hier dürften wir doch was hinkippen müssen. Genau, das geht erstmal relativ fix. Bis wir dasselbe Niveau erreicht haben und jetzt gleicht das wieder an. Dann machen wir das gleiche mit dem dahinter noch. Und da sieht es dann halt erstmal ein bisschen erdig aus. Ist zwar nicht weiter schlimm, das wird eh so ein kleines Gehege halt für Hasen oder Hühner. Oder vielleicht beides, weiß ich gar nicht, ob das geht. Aha, da fehlt uns wieder was. Da fehlt was, da fehlt was und da fehlt eine ganze Menge. Da müssen wir noch siebenmal was aufschütten. Dann nehmen wir einfach hier hinten ein bisschen was weg. Lower Ground Level. Müssen wir jetzt nicht besonders weit gehen, um uns Material zu holen. So, da heben wir einfach zweimal was ab, jeweils hier von diesen Stellen hinterm Zaun. Damit da nicht so ein Wall entsteht. So, das müsste das Nachbargrundstück sein. Da haben wir dann 60, 90. Das reicht dann für dreimal. Nehmen wir einfach nochmal was weg. Da haben wir 150, dann sind wir auch voll beladen und dann können wir hier den Rest fast aufschütten. Bei der Einstelle fehlt natürlich eine ganze Menge, aber das kriegen wir hin. Ruhig immer nochmal nachschauen, nochmal observen. Dann beginnen wir hier, da fehlt nicht so viel. Da brauchen wir jetzt wieder das andere. Und da hat er einmal Erde draufgekippt und jetzt macht er es wieder ebenerdig. Und dann nehmen wir uns gleich hier links die Nachbarzelle vor. Komm her. Genau. Noch mal kurz nachgeschaut, dass das Richtige eingestellt ist und nicht einfach. Haben wir denn noch genug dabei? Ja, gut. Dann klappt das hier auch noch. Und dann dürfte es ja nur noch die eine Stelle sein, wo halt jetzt viel fehlt. Ne, hier fehlt auch noch eine Stelle. Egal. Da müssen wir bis einmal was draufkippen. Hinten ist so ein kleiner Hügel, da können wir was wegnehmen. So, dann gleichen wir das an. Dann schauen wir uns mal die Fallen an. Vielleicht haben wir schon was gefangen. Und dann sollten wir uns noch mal um unser Kupfererz kümmern. 60. Insgesamt brauchen wir 8, das heißt 240 Erde bräuchten wir. Das kriegen wir jetzt nicht alles mit einmal weg. 211, 241. Zweimal können wir noch draufpacken. So, dann gehen wir noch mal einen Meter pro. Nehmen wir das nächste. Dann kippen wir das wieder ab. Und dann holen wir noch mal ein bisschen was nach. Und dann haben wir das geschafft. Also es geht eigentlich. Wenn man dann einmal den Dreh raus hat, wie mit allem, klappt das eigentlich gut. Manchmal hängt da ein bisschen in der Animation drin, habt ihr das gesehen? Da schüttet er noch mal nach, obwohl die Leiste schon voll ist. Und das gibt sich dann aber Gott sei Dank wieder. Ich hatte einmal oder zweimal höchstens so eine Sache, da war er komplett in der Animation stecken geblieben. Da hat er gar nicht mal wieder aufgehört. Da war ich glaube ich gerade dabei, einen Baum zu fällen. Da hatte er dann wie wild die ganze Zeit. Ich könnte laufen, egal was springen. Der hat immer die Animation drauf gehabt, von Bäume fällen. Und hat sich dann allerdings gegeben, als ich wieder irgendwas anderes gemacht habe. Eine Pflanzenfaser gesucht oder einen Ast vom Baum genommen. Egal. Da war das wieder okay. Und dann hat er sich wieder beruhigt. So. Jetzt weiß ich nicht genau, wie viel wir noch brauchen. Also viermal glaube ich schon. Wir haben doch jetzt. Lass mich mal kurz rechnen. Wir hatten gerade. Wie viel hatten wir denn gerade dabei? Wir hatten hier 180 dabei? Nee, oder? Wir hatten. Wir hatten 120 dabei. Viermal müssten wir noch kippen. Also müssten wir mit 120 hinkommen. Probier ich jetzt einfach mal. Eins, zwei, drei und das letzte Mal oder? Ach nee. Okay, das hätte schon gereicht. Dreimal hätte gereicht. Und dann haben wir die ganze Fläche eingeebnet. So, dann bauen wir hier noch zwei Geraden hin. Hier eine Diagonale. Hier nochmal eine Gerade. Und hier würde ich dann nochmal eine Tür bauen. Oder reicht eine Tür? Ach nee, komm. Wir bauen zwei Türen. Das ist okay. Haben zwar das Zeug dafür nicht, aber das macht nichts. So, dann schauen wir uns mal kurz die beiden Fallen an, die wir hingestellt haben. Das war hier hinten irgendwo. Genau, hier ist eine. Da ist noch nichts drin. Und die andere hatten wir hier gleich um die Ecke hingestellt. Die ist auch noch leer. Okay. So, dann gehen wir wieder zu unserem Schmelztiegel hier hinten. Denn da dürfte es bald so weit sein, dass wir die restlichen Bahnen einschmelzen können. Da bekommen wir dann nochmal drei Bahnen raus. Manage Smerting Building. Wir bräuchten vielleicht nochmal ein paar Billets, die wir nachlegen können. Die Hälfte haben wir jetzt ungefähr erreicht. Wenn ich das jetzt dazu packe, fängt das dann wieder von vorn an. Weiß ich nicht. Wir haben noch 20 Platz. Da packen wir lieber noch zwei Billets dazu. Haben wir denn die Säge noch drin? Ne, haben wir nicht. Moment. Ich gebe mal kurz den restlichen Dreck noch weg. Und tausche dann mal die Schaufel aus. Hatten wir hier noch irgendwo einen Baumstümpf rumliegen, den wir noch absägen konnten? Ich bin der Meinung, hier war irgendwo noch einer. Der hier geht nicht. Das ist so ein Standardbaumstümpf, der immer mal in der Gegend rumliegt. Ich möchte ungern was Neues. Da hinten liegt noch einer. Ungern was Neues abholzen. Solange hier noch irgendwo was rumliegt. Genau, hier haben wir noch einen, da brauchen wir dann. Na, guck mal an. Hier liegt noch eine Falle. Da haben wir drei Fallen. Gut, das wusste ich gar nicht mehr, dass wir hier auch noch eine haben. Da merken wir uns mal den kleinen grünen Baum, dass da auch noch eine Falle ist. Und dann brauchen wir noch ein paar Billets. Da säge ich jetzt bloß direkt die zwei raus, die wir noch einlagern können, in unseren Schmiedeofen. So, dann machen wir mal kurz Halt hier vorne bei unserem kleinen Beutel. Der dürfte schon prall gefüllt sein mit einigen. Guck mal an, wir haben sogar noch... Mann, ich hatte das ja schon mal probiert. Genau, ich habe ja noch Kupferbahnen. Wir haben sogar noch einen Haufen Billets. Hahaha. Gut, habe ich mich mal direkt selber ausgetrickst. Oh, das macht ja nichts. Da habt ihr das auch mal alles gesehen. Das hier sollte noch zurück. Hier ist nochmal eine Spitzhacke. Hier ist schon ein Stückchen Leder. Das kam von einem Hasen. Genauso wie das Stück Fleisch hier oben. Ja, gut, was soll's. Da war auch schon ein bisschen Glas zu sehen. Ich hatte mal Sand eingeschmolzen, um das mit dem Glas mal zu testen. Ah, dann... Nicht den ganzen Inventar. Nein, nicht den ganzen Inventar. Das ganze Inventar. So rum. Ah, okay, da hat er direkt nochmal eins verbraucht. Da hätten wir wieder zehn Platz. So, dann geht es hier weiter. Den Hammer... Hammer... Den Hammer Hammer Equipped. Ähm... Hä, guck mal, wir können auch eine Palisade bauen. Ähm... Da bin ich beschränkt. Ich hab jetzt zweimal hintereinander aus Verkehrte geklickt. Das gibt's doch nicht. So. Den Stonefence kommt hier noch mit hin. Oh, ich seh grad, wir müssen mal was essen. Das sieht ja nicht so super aus. Essen wir mal kurz zwei Äpfel, dann sollte der wieder gut bei Gräften sein. Oh, von 25 auf 85. Also egal, Äpfel, die gibt's hier wie Sand am Meer. Ähm, hier kommt noch eine Gerade hin. Schon wieder. Eigentlich bräuchten wir gar keine Tür, wir könnten ja einfach drüber springen. Aber ist egal, hab mich jetzt dafür entschieden, dass wir zwei Türen setzen. Und so machen wir's dann auch. Hier kommt eine Diagonale wieder hin. Ähm... 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 Wieso macht er das jetzt nicht? Hier ist bloß eine... Hä? Wo ist denn jetzt die Diagonale? Ist die nicht hier? Hier ist doch diese Steinwand. Die Steinwand mit Tür. Ach, komm jetzt. Wo ist denn jetzt die Diagonale Steinwand? Das gibt's doch gar nicht. Na, sag mal. Na, egal. Machen wir halt hier... Hier weiter. Genau, hier sollte noch mal... Genau. Eine Tür mit hin. So sieht die dann aus, wenn sie fertig ist. Da hat uns jemand unsere Diagonale geklaut. Ist nicht so schlimm, wenn wir die nicht finden, dann äh... Machen wir da einfach zwei gerade hin. Müsste klappen. Hätte aber halt gerne eine Diagonale. Ah, hier ist er. Da unten. In der Mitte. Na gut. Genau. Da kommst du noch hin. Da bräuchten wir dann eins, zwei, drei, vier, fünfhundert Steine. Das heißt, wir müssen dreimal gehen, damit wir die Sachen bauen können. Hier ist er. Nee, so nicht. So. So. Okay, das Grundgerüst steht. Dann könnten wir eigentlich los und die Steine holen. Aber ich mach nochmal... Wieder mal einen kleinen Abstecher. Hier hinten hin. Ah, es wird langsam. Es wird langsam. Ah. Okay, ein Viertel noch. Da holen wir nochmal ein paar Steine nach. Dann können wir schon mal noch zwei neue Zaunspelder bauen aus Stein. Und so eine Palisade würde mich ja mal interessieren, was wir da eigentlich alles für brauchen. Aber so wie es aussieht, wird das wahrscheinlich erst in der nächsten Folge... Wir haben zwar noch ein paar Minuten, aber das mit dem Schmelzen wird wahrscheinlich nicht mehr klappen. Wie ihr seht, das dauert eine ganze Weile. Im GM-Modus ist es sofort heiß. Habe ich irgendwo mal vorgestellt. Und hier dauert es halt wirklich eine ganze Weile. Wie auch im richtigen Leben geht es ja auch nicht von jetzt auf gleich. Dauert halt seine Zeit. Wie es beim Original-Schmieden aussieht und beim Einschmelzen von Erz, da habe ich keine Ahnung. Da habe ich keinen Einblick. Bin kein Schmied oder kein Einschmelzer oder was auch immer in der Richtung. So, dann kriegen wir 200 Steine. Die müssten wir mitschleppen können. Wir haben zwar noch 20 mal Erz hier dabei. Das wird knapp. Bin mir jetzt gerade nicht mal so sicher, ob wir nochmal 50 bekommen. Müsste eigentlich gehen. Da war ungefähr das Doppelte von dem, was angezeigt wird, auch mit uns rumtragen können. Okay, hat geklappt. Gerade so. Mehr hätte es nicht sein dürfen. Und dann marschieren wir wieder zurück. Bringen das hin. Und die Felder bauen wir nicht direkt auf. Wir gehen da nochmal zurück. Holen da nochmal die Steine. Und lagern erstmal die kompletten Steine überall ein. Und wenn wir das alles hergerichtet haben, dann geht es los an den Bau. Wir können ja hier immer mal nach links und rechts schauen, ob sich in den Fallen irgendwas angesammelt hat. Hier hinten war doch noch die dritte, oder? Ja, genau. Da war die dritte. Ne, nicht deconstruct, sondern build. So, da haben wir hier 100. Und noch mal 100. Dann gehen wir wieder zurück. Man kann, glaube ich, was gibt es denn noch? Da können wir mal kurz reinschauen. Wenn wir so eine kleine Farm bauen möchten. Animal Lore. Genau. Dieses Grouse, das sind diese Hühner, die ich meine. Ha, das sind die Hasen. Ach, hier, guck mal an. Wir können die noch gar nicht in dieses Coop-Ding packen, wenn wir das nachher gebaut haben. Dafür brauchen wir Animal Lore 30. Tja, je weiter der Skill-Fortschritt, desto größere Tiere können wir zähmen und auch bei uns ansiedeln lassen. Hm, da muss ich selber nochmal nachschauen, wie wir das Animal Lore hochkriegen. Äh, 150 haben wir. Und da haben wir dann wieder unsere 200. Das müssten sie, könnten sie ruhig langsam mal fixen, dass das ein bisschen besser klappt mit dem Verstauen der Items im Inventar. Dass sich das gleich alles stapelt und man dann nicht manchmal, wenn man einmal 50 Steine bekommt, dass sie sich in vier verschiedenen große Stapel gleich aufgliedert. Das ist ja nicht immer so. Manchmal klappt es ja auch, wenn man an verschiedenen Stellen was abbaut, dass das gleich alles korrekt gestapelt wird. Ist allerdings nicht immer so. Meistens sind es irgendwie zwei, drei Stapel, die man da extra bekommt. Tja, ist jetzt kein Beinbruch, kein Weltuntergang, aber ein bisschen komfortabler ist es dann schon, wenn das gleich klappt. So, da haben wir was abgegeben. Hier packen wir was noch rein. Und hier, und dann fehlen uns noch 100 für hier drüben. Ähm, okay, die Zeit ist wieder rum, aber das holen wir eben noch nach, die 100 Steine. Das kriegen wir noch hin. Und dann ist es wieder vorbei mit der Serie, mit der Folge. In der nächsten können wir dann endlich die, die Erze wieder einschmelzen. Und kommen dann vielleicht endlich mal an ein paar Nägel ran, damit es hier weiter geht. Und ich mache mich nochmal schlau, wie wir das Animal Lore nach oben treiben. So, zweimal schlagen, dann haben wir 100 Steine. Wisst ihr was? Wir schlagen gleich viermal. Jetzt stapelt er alles wunderschön, wie ihr seht. Denn für die Türen brauchen wir ja auch noch Steine. Da können wir da auch noch ein paar einlagern. Bin mir jetzt nicht sicher, wie viel wir dafür brauchen. Ob wir da auch nochmal 100 oder weniger brauchen. Denn eigentlich brauchen wir ja gar nicht so viel Stein, da der Rest der Hütte aus einer Holztür besteht. Gucken wir mal. So, da sind wir wieder. Bringen wir den Rest hier zurück an die Stelle nochmal, die letzten 100. Und dann haben wir hier noch so eine Tür. Den haben wir sogar von hier auswählen können, sehe ich gerade. Zumindest zeigt er uns hier oben an, was es ist. Wenn man jetzt hier rumklickt, passiert nichts. Gut, da war es das von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.